So, liebe Freunde der digitalen Innenraumplanung, es ist wieder soweit, sechs Wochen sind rum. Wir haben wieder eine neue Version am Start, die Version 10.25 und was die alles kann, das zeige ich euch gleich. Ja, ich verspreche euch, das Video wird nicht so lang wie die letzten. Es gibt nicht so viele Features hier in dieser Version, dafür aber auch ein ganz tolles, das zeige ich euch jetzt. Und zwar geht es dort wieder um die Augmented Reality. Ihr könnt euch daran erinnern, ich habe euch in der letzten Version gezeigt, dass Sanitärdaten jetzt auch Augmented Reality fähig sind. Das heißt, wenn ihr in den Sanitärbrowser geht, könnt ihr ein Objekt auswählen und könnt dort sagen, erzeug mir einen QR-Code. Und diesen QR-Code könnt ihr eurem Kunden weiterleiten und er kann sich dann dieses Sanitärobjekt letztendlich auf seinem Handy visualisieren und auch über Augmented Reality in den Raum stellen. Das ist natürlich für unsere Schreiner erstmal schade, weil die gehen weniger mit Sanitärobjekten herum. Das haben wir jetzt geändert. Ihr könnt jetzt jedes Objekt, was ihr konstruiert habt oder auch ganze Szenen als Augmented Reality Objekte in die Cloud stellen. Ja, stellt euch vor, ihr habt für euren Kunden, Herr Müller, diesen tollen Schrank, diese Vitrine hier gebaut und wollt ihr ihm einfach zukommen lassen, digital, damit ihr sich vorher mal anschauen könnt und wollt ihn damit begeistern, damit er auch wirklich den Auftrag bei euch lässt. Das geht ganz einfach. Ihr klickt diesen Schrank an, geht in die Objekteigenschaften, in die Objektdaten rein. Mit der Umschalt-J-Taste, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Da kommt man in die Objekteigenschaften rein. Da gibt es jetzt einen neuen Reiter, der nennt sich Augmented Reality. Da gehen wir mal drauf. Und hier gibt es einen Button, QR-Code erzeugen. Da klickt man mal drauf. So. Jetzt steht hier drin, um einen QR-Code für Augmented Reality zu erzeugen, muss das Objekt in Ihrem Bereich in der Palette Cloud gespeichert werden. Logisch, weil der Kunde muss ja auch diese Daten abrufen können. Also müssen die irgendwo im Internet sein, wo der Kunde auch rankommt. Genau. Sagen wir hier mal OK. Wir nennen das Ding jetzt in der Cloud speichern, sagen wir hier. Hier sind schon einige Sachen drin. Wir nennen den mal Projektkunde Müller. So. Sagt hier speichern. Jetzt wird dieses Objekt in die Cloud hochgeladen. Und ihr seht, ihr habt hier einen QR-Code. Und diesen magischen QR-Code, den könnt ihr jetzt entweder hier direkt ausprobieren mit eurem Handy. Oder ihr könnt ihn auch in die Zwischenablage zum Beispiel kopieren. Dann geht ihr zum Beispiel, es gibt mehrere Möglichkeiten, ins Exposé. Ist schon hier vorbereitet. Gehen wir hier mal auf Blatt 7 oder Blatt 8 und machen hier vielleicht noch ein neues Blatt hinzu. Und fügen diesen QR-Code ein mit STRG-V. Da ist er. Da könnt ihr noch dazu schreiben, hier draufklicken, beziehungsweise nicht draufklicken, sondern eure Kamera von eurem Smartphone draufhalten. Und schon seht ihr das Objekt. Ich probiere das gleich mal aus mit meinem Smartphone, damit ihr das auch mal seht. Und mal gucken, ob man das in der Kamera sieht. Hier auf dem Smartphone ist das 3D-Modell von diesem Korpus. Und ihr wisst es vielleicht, ihr habt es schon ausprobiert. Ihr habt da hier oben auch die Möglichkeit AR. Und dann könnt ihr dieses Objekt irgendwo in den Raum abstellen. Das ist jetzt auch irgendwo passiert. Das ist jetzt ganz blöd zu zeigen. Probiert es einfach selber aus. Dann werdet ihr schon sehen, euer Kunde wird auf jeden Fall begeistert sein und ihr bestimmt auch. Logisch ist, das Objekt muss natürlich in der Cloud bleiben, solange dieser Link hier aktiv sein soll. Löscht ihr das raus, dann ist dieser QR-Code natürlich ungültig. Ja, da kommen wir auch gleich schon zum nächsten Punkt. Und zwar eigentlich eine Kleinigkeit und ich habe auch lange gebraucht, um zu verstehen, warum dieser Button, den ich euch gleich zeige, sinnvoll ist. Und zwar geht es hier um das Einblenden von Objekten. Wenn man ein Objekt Teile ausblendet, ich mache das hier mal testweise. Ich gehe mal her und blende hier an der Stelle zum Beispiel diese Front aus. Das macht man ja auch ganz gern, um so ein bisschen die Innereien besser anschauen zu können und dort weiter zu konstruieren. Dann, die Untergruppenauswahl kommt immer auf den falschen Bildschirm. Dann könnt ihr hier dieses Objekt natürlich auch ausblenden. Und ihr seht so das Innere von dem Schrank. Stellt euch vor, ihr habt jetzt die komplexe Szenerie und sind noch mehrere Objekte ausgeblendet. Jetzt könnt ihr natürlich wieder alles einblenden, aber dann ist alles wieder da und vielleicht auch Teile, die stören. Wir haben da einen kleinen Schalter ins Kontextmenü reingebaut. Und klickt ihr das Objekt an, das komplette Objekt hier in dem Fall, und macht die rechte Maustaste, gibt es jetzt hier einblenden. Und sobald ihr einblenden seid, dann werden alle Unterobjekte von diesem Schrank wieder eingeblendet. Und er ist so, wie ihr ihn letztendlich konstruiert habt. Eine kleine Hilfe, ein kleines Feature, aber ganz nützlich. Ja, das nächste Feature betrifft die Zeichnungsableitung. Und zwar habe ich hier den gleichen Schrank wie vorher und mache mal aus diesem Schrank eine Zeichnungsableitung. Ihr kennt das ja. Jetzt wird das Ganze ins 2D übertragen. Und das haben wir hier lauter Linien und Elemente, aus denen die Zeichnung hier besteht, direkt auf der Hauptebene von dieser Planung. Das ist manchmal ganz nützlich, wenn man hier die einzelnen Linien direkt bearbeiten will. Aber zum Beispiel bei dieser Bemaßung, die mit einer Schnittlinie funktioniert, manchmal auch ein bisschen lästig, weil man kann im Prinzip nur die Schnittlinien bemaßen. Aber es gibt ja keine Objektstruktur und keine Gruppenstruktur dahinter. Das haben wir jetzt ein bisschen erweitert. Das müsst ihr allerdings aktiv einstellen. Per Default ist es abgeschaltet, um einfach das Programm, das Verhalten nicht zu verändern für die Bestandskunden. Aber nach dem Video wisst ihr, wo ihr das einschalten könnt. Und zwar macht ihr das hier in den Einstellungen über Datei, Programmeinstellungen, hier. Und zwar unter Planen, unter 2D-Zeichen. Hier gibt es hier eine Checkbox. 3D-Gruppenstruktur in der Ableitung beibehalten. Das einfach einschalten. Okay. Und bei der nächsten Zeichnungsableitung, machen wir gleich mal, sieht das Ganze in der Objektliste ein bisschen anders aus. Zeichnung ableiten. Wir lassen hier alles gleich. Sagen okay. So. Und wenn man hier mal diese Gruppe aufmacht, man sieht genau die Gruppenstruktur, die beim Korpus schon angelegt wurde. Die ist jetzt im Prinzip erhalten geblieben. Allerdings sind da keine 3D-Objekte, sondern 2D-Objekte drunter. Und dann könnt ihr gleich bei der Bemaßung, könnt ihr ausprobieren, bei dieser Schnittlinienbemaßung, das macht man ja mit gedrückter Maustaste, fängt man an einem Punkt an und hört dem anderen auf und lässt die linke Maustaste wieder los. Könnt ihr hier zwischen Objektuntergruppen, Einzelobjekte hin und her schalten und kriegt dadurch ein anderes Bemaßungsergebnis raus. Ja und für unsere Sanitär- und Fliesenkunden ist diesmal auch was dabei. Und zwar bei der Bodengleiche-Tusch, dann hat sich hier eine Kleinigkeit getan. Und zwar, wenn ihr die einfügt, könnt ihr ja den Ablauf hier einstellen. Ihr könnt hier die Breite von dem Ablauf natürlich letztendlich beeinflussen und auch wo dieser Einfluss liegen soll. Früher ging es nur mit Abstand von links und Abstand von vorne. Wir haben jetzt dem zwei Felder noch spendiert. Ihr könnt jetzt auch den Abstand von rechts direkt eingeben oder den Abstand von hinten. Da fällt es ein bisschen einfacher, diese Dusche zu konfigurieren und auch den Ablauf richtig zu setzen. Geht natürlich auch beim Eintragen mit Abstand von vorne, aber da müsst ihr einfach ein bisschen rumrechnen. Hier ist es einfacher, wenn ihr direkt ein Maß eingeben könnt. Und dann ist die Dusche natürlich leichter zu erstellen und dann auch leichter zu platzieren. Ja, nochmal was ganz Nützliches. Und zwar Bilder können jetzt direkt über die Zwischenablage in die Planung und auch ins Exposé kopiert werden. Ich zeige euch das mal. Das ist eigentlich ganz nützlich. Hier habe ich mal irgendwo eine Internetseite gefunden. Da ist zum Beispiel ein Herd drauf. Haben wir noch einen anderen? Ja, da ist ein vollständiges Bild drauf. Rechte Maustaste hier und sagen Bild kopieren. Und wieder zurück in die Planung. Und dann sagt man einfach hier STRG V. Dann wird dieses Bild als Objekt oder als Fläche eingefügt. Man kann auch hier schon die Breite kalibrieren. Ich füge das mal hier ein. Das könnt ihr zum Beispiel nehmen, wenn ihr eine Küche habt und wollt da die Front gestalten. Ihr braucht ein Elektrogerät auf die Schnelle. Was ihr da draufsetzen will, ist natürlich nicht 3D, ganz klar. Aber das wirkt schon sehr gut. Und wenn es mir zu groß ist hier, ich kann es ja einfach abschneiden. Ich kann hier die Ränder entfernen. Und dann passt das letztendlich auch direkt auf meine Küchenfront drauf. So, das gleiche geht übrigens auch im Exposé. Auch hier wieder STRG V. Zack, das Bild ist da. Ich kann es hier vergrößern, verkleinern. Und damit wird das Plan natürlich noch schneller. Ja, und wenn wir schon mal bei der Zwischenablage sind. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern oder habt es schon selber ausprobiert. Ihr könnt Fremdformate, die wir immer importieren können, wie zum Beispiel DXF, DWG oder auch andere Formate, Collada und so weiter, per Drag & Drop in die Planung reinziehen. Das Objekt wird dann geladen. Das Ganze funktioniert jetzt auch in der Zwischenablage in Windows Explorer. Das heißt, findet ihr da eine DWG-Datei. Einfach draufklicken im Explorer. STRG C, zurück in die Planung, STRG V. Schon ist das Objekt eingefügt. Beziehungsweise ihr seht es dann in der Voransicht und könnt es dann noch platzieren danach oder auch irgendwelche Eigenschaften noch einstellen. Das funktioniert so ziemlich mit allen Importformaten. Probiert es mal aus. Geht sogar an der Mehrfachselektion. Also wenn ihr mehrere Objekte gleichzeitig einfügen wollt, markiert ihr einfach die Dateien im Explorer. Macht STRG C, zurück in Ballette, STRG V. Könnt ihr eins nach dem anderen dann in die Planung einfügen. Einen habe ich noch. Und zwar geht es da um unsere Sanitärplaner. Und die werden da besonders davon profitieren. Und zwar in der Stückliste. In der Sanitärstückliste gibt es jetzt einen neuen Button namens UGL Export. Der UGL Export, das ist ein Format in der Sanitärindustrie weit verbreitet. Das haben wir jetzt hinzugefügt. Ihr könnt damit exportieren. Und viele ERP-Programme, oder eigentlich fast alle, weil es ja wie gesagt ein relativ altes Format auch ist, können mit dem Format umgehen. Könnt das einlesen. Und ihr könnt dort in eurer ERP-Software die Bestellungen und so weiter auslösen. Doch ganz nützlich. Ich denke mal, da freut sich der ein oder andere. Ja, jetzt sind wir dann wirklich am Ende angekommen von der Vorstellung der Version 1025. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, in sechs Wochen sehen wir uns wieder. Da kommt dann die nächste Version. Da haben wir natürlich auch wieder ein paar Highlights für euch dabei. Alles klar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.